Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ulrich, Ihr Freund in Frankreich, Mélenchon, der steht für Europafeindlichkeit und wirklich für untaugliche Wirtschafts- und Finanzvorschläge. Also eine Partei, die wie Ihre bis heute Ihr Verhältnis zu Europa auch zum Euro nicht geklärt hat, die sollte nicht so die Backen aufblasen, wie Sie das hier machen. Sie haben das Recht dazu verspielt. Meine Damen und Herren, die zunehmende Bedrohung von Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz in Ländern außerhalb und leider auch innerhalb Europas, Ungarn ist ja auch so ein Beispiel dafür, soviel ich weiß, ist Herr Friedrich ja ein Freund Orbans, vielleicht können Sie da Ihren Einfluss mal geltend machen, dass da der Zug in eine andere Richtung fährt. Jedenfalls ist das unsere Herausforderung, meine Damen und Herren. Und die Bedeutung der Wahl Macrons zum französischen Präsidenten sollte zum jetzigen Zeitpunkt, also vor den Parlamentswahlen, nicht überschätzt werden. Gleichwohl hat Macron den zögerlichen und zweifelnden im konservativen Teil der Bundesregierung und der Koalition, wir haben ja Herrn Friedrich vorhin gehört, vor Augen geführt, dass auch mit einem positiven Europabild Wahlen gewonnen werden können. Man sollte Europa also nicht zum Sündenbock für Fehlentwicklungen machen, die ja meistens im eigenen Land verursacht werden. Übrigens nicht nur in Deutschland, meine ich, sondern in Italien, in Frankreich und auch anderswo, um das klarzustellen. Aber der Missbrauch des Europabildes für Wahlkämpfe gilt eben auch für Deutschland. Das haben wir in den letzten Wochen und Tagen ja auch schon durch Beiträge zum Beispiel der CDU und CSU oder der FDP nachlesen können. Deshalb ist es gut, dass Frau Merkel nach dem Gespräch mit Macron hier in Berlin eine größere Bereitschaft als bisher gezeigt hat, konkrete Schritte zur Stabilisierung der Eurozone ins Auge zu fassen. Das ist aus ökonomischen wie aus politischen Gründen unumgänglich für die weitere Perspektive Europas, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich die kritischen Stimmen aus CDU und CSU zur Wahl Macrons, und Herr Spahn gehört ja auch dazu, anschaut, oder die Frage in einer Zeitung, was kostet uns Macron, liest, da kann man nur fassungslos werden. Die Frage, Herr Spahn und andere, ist doch wohl eher, was hätten uns Le Pen und der daraus mögliche folgende Zusammenbruch der Eurozone gekostet in ganz Europa und hier in Deutschland? Wie viele Hunderttausend Arbeitsplätze wären denn wohl in Gefahr gewesen in Deutschland? Das gilt doch insbesondere nach Trump und Protektionismus, Brexit und einer anhaltenden Diskussion über das Euro-Ende in Italien und in anderen Ländern. Wir gehören als Deutsche nun mal zu den Gewinnern der bisherigen europäischen Entwicklung. Daraus erwächst aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verantwortung. Und die nehmen wir nicht ausreichend wahr in Europa derzeit. Und deswegen müssen wir da nachlegen. Und deshalb wünsche ich der Bundeskanzlerin im Blick auf ihre eigene Bundestagsfraktion Überzeugungskraft. Und auch Herr Schäuble ist hier besonders gefordert. Es liegt eben auch im deutschen Interesse, nicht nur in den europäischen Südstaaten, jetzt zu einer stärkeren politischen Einbettung der Währungsunion zu kommen. Macron und Gabriel haben dazu bereits 2015 Vorschläge entwickelt. Das bedeutet unter anderem, wir brauchen einen eigenen Euro-Haushalt, der uns Zukunftsinvestitionen ermöglicht, parlamentarisch kontrolliert ist und durch einen Euro-Minister geführt ist. Das bedeutet auch, wir brauchen eine Wirtschafts- und Sozialunion, die kein Steuerdumping mehr zulässt und auch soziale Mindeststandards festlegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sollen wir die Menschen hier in Deutschland und den anderen europäischen Ländern vom Wert unserer demokratischen Errungenschaften überzeugen, wenn sie konkret erleben, dass wir uns, oder wir werden sie nur überzeugen, wenn sie das Gefühl haben, dass wir uns aktiv mit den Schattenseiten von Globalisierung und Digitalisierung auseinandersetzen. Wachsende Ungleichheit ist ja bekanntlich nicht nur ein soziales, sondern zunehmend ein wirtschaftliches Problem. Deshalb, wenn der Kern unserer gemeinsamen politischen Überzeugung ist, auch in Jahren und Jahrzehnten, dass das Bestand haben soll, müssen wir jetzt handeln. Da sind wir in diesem Parlament alle in der Verantwortung. Aber vor allen Dingen brauchen wir pro-europäische, demokratische und mutige Regierungschefs. Auch Chefinn können dabei sein. Das Wort hat die Kollegin Ursula Groden-Kranich für die CDU-CSU-Fraktion.